Wer sind denn diese aufreizenden Disco-Ladies? Sie tragen tiefes Dekolleté und ein noch kürzeres Kleidchen. Sie tanzen nach der neuen Version eines 80er-Jahre-Hits. Und wenn wir mal genau hinschauen, erkennen wir Sandy und Nadja von den No Angels. Wir sind beim Mammut-Videodreh der Engel in Berlin. Zwei Clips sollen heute entstehen und da sind Pannen schon programmiert. Erst ging die Kamera kaputt, dann sind hier ein paar Lampen explodiert und ja, dann hat der Koch gesagt, wir müssen jetzt Pause machen, sonst werden die Steaks schlecht. Während am Set noch gewerkelt wird, kümmert sich Bandkollegin Lucy im Stylingraum schon mal um die Klamotten der Engel. Ich habe gestern bei den No Angels angefangen als Gardierobierin und das macht sehr viel Spaß, weil die No Angels so nett sind und ich verstehe mich auch sehr gut mit denen und das macht einfach Spaß. Für Jessica wird unterdessen ein Traum wahr. Vier Männer knien vor ihr und schruppen den Boden, auf dem sie sitzen soll. Und die 30-Jährige genießt jeden Augenblick. Ich bin's gewohnt, ne? Ich hab sowieso meine Sklaven zu Hause und die werden immer aus dem Schrank gelassen, dann wird geputzt und wieder eingesperrt. Von daher war das jetzt nichts Unbekanntes für mich. Nichts Unbekanntes ist auch die Warterei bei Videodrehs. Nichts Unbekanntes ist auch die Warterei bei Videodrehs.